So, ist das mein Todes-Trieb, René? Du bist Stand-Man, auch mit Autos und jetzt fahren wir, was machen wir genau? Ich habe mir Angst. Nein, das ist nichts, das ist einfach eine 180-Grad-Wende rückwärts, das ist Standard-Manuel. Für uns auch jetzt, aufgrund meiner 20-Jahr-Erfahrung, von 10 Mal geht es einiges in die Hose. Und was ist, wenn es heute in die Hose geht? Was mache ich denn? Nein, weil es jetzt 6 oder 8 Mal proben, bevor du gekommen bist, also haben wir noch einiges? Nein, da passiert nichts, das ist eine trochene Strasse, es wird ein wenig wackeln, aber du wirst jetzt sehen, es ist eigentlich auf diesem grossen Platz nichts, die Welt bewegt, wenn man weiss wie. Es wird die erste Endknifflung, wenn man die genau weiche Manöverwürde jetzt machen, im Prinzip beim Gegenverkehr macht. Man weiss, jetzt kommen zwei Autos entgegen und genau dazwischen muss ich es machen und dass ich die Spur nicht verlieren. Aber du wirst jetzt sehen, es ist eigentlich nicht etwas Wahnsinniges. Also wir fahren jetzt los. Gut, fahren wir mal. Haukommi macht nichts, hast du gesagt? Haukommi macht alles nichts. Haukommi macht alles nichts. Wir fahren rückwärts. Und jetzt schlucken wir die auf. Oh mein Gott! Jetzt sind wir schon da, das ist schon alles. Kamera hoch und rauf. Okay, wir haben es geschafft.